Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2039 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bringe die Pläne persönlich zum Bauamt und hoffe auf eine schnelle Baugenehmigung. Ich bringe die Pläne persönlich zum Bauamt und hoffe auf eine schnelle Baugenehmigung. Ich habe die Lösung des Problems gefunden. Ich bin erleichtert. Ich habe die Lösung des Problems gefunden. Ich bin erleichtert. Ich habe diese Kapseln im Badezimmer gefunden. Wozu sind sie gut? Ich habe diese Kapseln im Badezimmer gefunden. Wozu sind sie gut? Den Abend verbrachten wir am Lagerfeuer vor unserem Wohnwagen. Warum sollte ich jetzt aufhören zu spielen? Warum sollte ich jetzt aufhören zu spielen? Alles ist für Halloween vorbereitet. Meine Mutter hat ein Hexenkostüm genäht. Alles ist für Halloween vorbereitet. Meine Mutter hat ein Hexenkostüm genäht. Alles ist für Halloween vorbereitet. Meine Mutter hat ein Hexenkostüm genäht. Angesichts dieser großartigen Möglichkeiten werde ich wahrscheinlich für den Vorschlag von Tom stimmen. Angesichts dieser großartigen Möglichkeiten werde ich wahrscheinlich für den Vorschlag von Tom stimmen. Von hier aus haben wir eine wunderschöne Aussicht. Deshalb kommen wir immer wieder hierher. Von hier aus haben wir eine wunderschöne Aussicht. Deshalb kommen wir immer wieder hierher. Kann ich noch etwas Kaffee haben? Meine Tasse ist schon wieder leer. Kann ich noch etwas Kaffee haben? Meine Tasse ist schon wieder leer. Kann ich noch etwas Kaffee haben? Meine Tasse ist schon wieder leer. Ich erkläre euch jetzt genau, was heute das Ziel unseres Trainings ist. Ich erkläre euch jetzt genau, was heute das Ziel unseres Trainings ist. Ich erkläre euch jetzt genau, was heute das Ziel unseres Trainings ist. Ich habe gerade im Baumarkt das Werkzeug für die Malerarbeiten gekauft. Ich habe gerade im Baumarkt das Werkzeug für die Malerarbeiten gekauft. Ich habe gerade im Baumarkt das Werkzeug für die Malerarbeiten gekauft. Marias Präsentation hat mir klargemacht, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Ich bin mit euren Leistungen zufrieden. Der Arzt sagt, dass es mir und meinem kleinen Äffchen gut geht. Nimm von diesen Pillen drei Stück am Tag. Nimm von diesen Pillen drei Stück am Tag. In der nächsten Woche prüfen wir, ob es dir besser geht. Unsere Beziehung ist geprägt von tiefem gegenseitigem Vertrauen. Unsere Beziehung ist geprägt von tiefem gegenseitigem Vertrauen. Es ist wichtig, sich regelmäßig eine Auszeit zu gönnen und nicht nur an den Beruf zu denken. Hanteltraining stärkt meine Muskeln und hilft mir, mich in meinem Körper wohlzufühlen. Hanteltraining stärkt meine Muskeln und hilft mir, mich in meinem Körper wohlzufühlen. Im Bereich Kundenservice gehen wir auf die Wünsche der jeweiligen Kunden ein und nehmen ihre Probleme ernst. Im Bereich Kundenservice gehen wir auf die Wünsche der jeweiligen Kunden ernst. Im Bereich Kundenservice gehen wir auf die Wünsche der jeweiligen Kunden ein und nehmen ihre Probleme ernst. Das Formular ist kompliziert. Es muss für jeden Patienten vollständig ausgefüllt werden. Das Formular ist kompliziert. Es muss für jeden Patienten vollständig ausgefüllt werden. Es wurde Alarm ausgelöst. Das Büro muss desinfiziert werden. Es wurde Alarm ausgelöst. Das Büro muss desinfiziert werden. Ich arbeite mit Holz. Daraus kann man viele Dinge herstellen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann wieder auf die Wünsche der Wünsche. Vielen Dank.